Da sind wir auch wieder zurück bei einer neuen Folge von Back to the Future. Mal gucken wie lange die letzte Episode noch geht. Ich versuche nämlich dies heute in einer einzigen Aufnahmesession zu beenden. Ich bin gespannt wie lange das noch dauert. In der letzten Folge haben wir, ja ich würde mal sagen, Edna aus dem Verkehr gezogen. Und jetzt müssen wir Emmett finden. Wir können endlich zum Stand und ich glaube er ist ja mit Doc Brown irgendwo nach hinten gegangen, oder? Können wir da jetzt irgendwo hin? Emmett wird mit seinem elektrokinetischen Levitator fliegen und zwar heute. Ja, ich hoffe das klappt. Aber können wir jetzt nicht irgendwie irgendwo hin? Hier? Nein. Okay, dann sind sie vielleicht draußen. Auf jeden Fall reden die beiden zusammen. Oder man hat sie gesehen, wie sie das Gebäude zusammen verlassen haben. Hä? Okay, raus komme ich auch nicht. Aber wir sind doch irgendwo hin verschwunden. Okay, kann ich da raus vielleicht? Ne, scheint auch nicht der Fall zu sein. Hä? Hallo Leute! Hallo Trixie. Äh, ich bin gerade etwas verwirrt. Ich dachte man kommt hier jetzt nach hinten oder so. Oder hier nach oben. Emmett wird mit seinem elektrokinetischen... Ja, schön für Emmett. Hier komme ich nicht lang. Oder kann ich da nach oben? Nein, ich komme ja da nicht nach hinten. Hä? Wo finde ich denn jetzt Emmett? Wo läufst du hin, Bart? Ich will zu Trixie. Hallo! Komm schon Emmett, wo bist du? Hi Trixie. Also, was kann ich für dich tun? Wo ist Emmett, wann? Für wann ist Emmetts Auftritt eingeplant? Schauen wir mal. Acht Kilobit nach fünfzig. Okay. Wir haben hier in Hill Valley die metrische Zeit. Das verstehe ich nicht. Hast du Emmett irgendwo gesehen? Emmett Brown? Denn... Hm, lass mich nachdenken. Ja, er ist vor einiger Zeit da lang gegangen. Er hat sich angeregt mit einem anderen Mann unterhalten. Einem älteren Herrn? Ja. Oder so... Was heißt denn da lang? Danke. Wo da lang? Kann man hier irgendwo noch lang, wo ich vorher nicht konnte? Nee. Draußen kann ich nicht. Hier kann ich nicht. Hallo Leute! Kann ich irgendwie auf die Bühne? Sind sie hinter die Bühne gegangen? Auch nicht. Hä? Nur noch ein Aussteller, dann ist Emmett schon dran. Oh je. Komm schon, Emmett. Wo bist du? Und es läuft die Zeit davon. Wenn sie wenigstens hinter den Stand gegangen wäre. Das hätte ich ja verstanden. Aber jetzt verstehe ich nicht, wo wir hin müssen. Er kann ja nirgends hier sein. Oder kann ich doch raus? Nein. Hier wird mir ja nichts angezeigt. Mal mit Artie reden. Hey Artie. Kannst du Emmetts Demonstrationen irgendwie verschieben? Es gab einige Störungen in letzter Minute. Emmett hat sein Glück schon auf die Probe gestellt, indem er den mentalen Affinitätsmesser, den er eigentlich zeigen sollte, gegen dieses elektrokinetische Dings getauscht hat. Ich kann seinen Platz auf der Liste nicht ändern. Die Jury würde denken, ich wolle ihn begünstigen. Okay, ich verstehe schon. Hast du Emmett gesehen? Er ist nicht in seinem Stand. Komisch. Er hat die Halle nicht verlassen. Ich hätte ihn sonst gesehen. Er muss hier irgendwo sein. Hm. Man sieht sich. Vielleicht doch im Glashaus oben. Ich versuche nochmal dahin zu gelangen. Sieht ein bisschen komisch aus, wie er die Treppen hochläuft. Okay, und ich kann mich auch nicht umgucken dort. Okay, im Glashaus ist er nicht. Da ist er eigentlich auch nicht. Kann ich denn jetzt was mit den Einstellungen hier machen? Sieht aus wie die Steuerung mit dem... Ja. Das bringt mir auch nichts. Nochmal in die Tauchkugel. Ich wüsste nicht wozu. Okay, wo ist Emmett? Willkommen in der Welt von Moritz. Ja, ja, schön. Entertainment Center. Ich kann ja nochmal irgendwie anrufen. Ja, 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 blablabla, blablabla. Telefonzelle der Zukunft. Mann, immer diese Telefone. Voll ätzend. Ähm, ich würde gerne mit Carl Sagan sprechen. Ich bin's, Carl. Oder so. Oh, hi Mr. Sagan. Was kann ich für Sie tun? Ach so. Kann ich mit Emmett sprechen? Könnten Sie Emmett für mich holen? Das würde ich, Mr. Sagan. Aber ich kann den Jungen nirgends sehen. Eigentlich war er das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, mit Ihnen unterwegs. Oh ja, richtig. Auflegen. Gespräch beendet. Okay, das hat mir nicht geholfen. Nochmal. Klonder. Ja? Ähm, ich bin's Harry Keller. Hi Trixie, ich bin's Harry. Oh hi, wie kann ich dir helfen? Ach, äh, gar nicht. Ich hab nur dieses flotte Telefon ausprobiert. Okay. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Gespräch beendet. Okay, das hat mir auch nicht geholfen. Probieren wir einfach mal die Gespräche durch. Im Hausthelm. Telefonung. Klamm. Ich bin's Kid Tannen. Ich bin's Kid Tannen. Ich bin wieder auf freiem Fuß und will nicht zurück, Baby. Ich weiß nicht, wer Sie sind oder warum Sie diese furchtbare Imitation von Kid aufführen. Aber dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ich bin jetzt sauber. Gespräch beendet. Freut mich, Trixie. Freut mich auch, aber naja. Bisschen ein alberner Scherz, Martin. Auflegen. Ups. Gespräch? Das wollte ich nicht. Im Hausthelm. Willkommen Telefon. Lander. Mann. Ja. Äh, ich bin's Mr. Smith. Ihr spricht Mr. Smith. Ich suche einen Freund von mir, Herrn Zufall. Zufall? Ja. Vorname Rainer. Rainer Zufall? Hör mal zu, Junge. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Wer bist du wirklich? Auflegen. Gespräch beendet. Das war ganz schön dämlich. Ich glaub, das bringt uns nicht wirklich weiter. Sie sagt, er ist da lang gegangen. Aber da lang hilft uns leider nicht weiter, weil wir da lang nicht können und wir nicht wissen, wo da lang ist. Was ganz schön blöd ist. Gibt's denn hier wirklich nix? Ich kann da halt nicht nach oben. Diese blöde Uhr. Ich versteh's nicht. Komm schon, Emmett. Wo bist du? Ich versteh's nicht. Wo könnte er denn noch sein? Er kann doch sonst nirgends sein. Ich geh nochmal in die Tauchkapsel hier. In die Tauchkugel. Nein. Einmal reicht völlig. Okay, gut. Das bringt auch nix. Nochmal mit dem Taucher reden. Mr. Duton? Oui. Oui. Haben Sie Emmett Brown gesehen? Ich suche einen Freund von mir. Emmett Brown. Großer junger Mann. Rotbraunes Haar. Abwesender Blick. Das ist er. Wissen Sie, wo er ist? Er ist gerade mit einem älteren Gentleman vorbeigekommen. Ich glaube, Sie sind ins Glashaus gegangen. Super. Danke. Aha. Doch ins Glashaus. Ich hab's mir eben noch gedacht, dass da oben was sein muss. Aha. Plötzlich sind sie da drin. Hey. Emmett. Komm da raus. Hör nicht auf ihn. Oh je. Perfekt. Na ganz toll. Na dann, hinterher. Toll. Man kann die erst im Glashaus finden, wenn der Taucher einem sagt, dass sie im Glashaus sind. Obwohl sie so offensichtlich rumstehen da. Na gut. Willkommen im Atlas Glashaus. Der Zukunft des häuslichen Lebens. Okay, Emmett. Verschwinden wir von hier. Emmett. Emmett. Hör einfach nicht auf ihn. Er ist verrückt. Ich bin mir noch nicht sicher wegen dieses Geschäftsangebotes, Mr. Sagan. Lassen Sie es mich noch einmal erklären. Atlas Glas. Unzerstörbar und schalldicht. Na toll. Schalldichtes Glas. Großartig. Wer hat denn diesen Blödsinn erfunden? Der Wohnraum ist so gestaltbar, dass er jedermanns Ansprüchen genügt. Sie brauchen ein Arbeitszimmer? Schieben Sie einfach die Wände herein. Oder wieder heraus, damit ein Bankettsaal entsteht. Na ja, ganz nette Idee, aber irgendwie auch nicht so cool, ständig die Wohnungen hier zu verändern, indem man Wände verschiebt. Ja, das funktioniert ja super. Irgendwas blockiert Sie. Na, ganz toll. Und jetzt? Haben wir irgendwas da? Ja, wir haben das Aufnahmegerät. Statischer Akkumulator. Den gebe ich nur Emmett. Alles klar. Können wir dann da oben irgendwie weiter? Ah ja, da. Da gibt es auch einen Griff. Gehen wir halt hier lang. Und jetzt hier? Ah, ist das das reinste Labyrinth hier? Ja, toll. Äh. Hat das jetzt vielleicht die Blockade gelöst? Ah ja, tatsächlich. Okay. Weiter geht's. Wo bist du Emmett? Aha. Na, ganz toll. Ah ja, Doc ist völlig verrückt geworden. Ja, das bringt nichts. Ich muss zuerst hier. Und dann hier lang. Warum hast du das vorher nicht gemacht, Marty? Ach so, weil die blockiert ist. Oh, hier ist das ätzend. Das ist die rote da, oder? Die blockiert. Okay, das ist eine absolut blöde Erfindung. So, jetzt aber. Ja, geht doch. Ja, geht doch. Officer Parker wird einige faszinierende Hilfsmittel vorstellen, welche unseren uniformierten Jungs bald zur Verfügung stehen werden. Den kriminellen Elementen wird ab heute das Lachen vergehen. Officer Parker? Äh, offenbar ist unser nächster Aussteller unvorhergesehen aufgehalten worden, aber ich bin mir sicher, seine Präsentation wäre unvergleichlich lehrreich und faszinierend gewesen. Äh, wir können ja trotzdem etwas... Toll. Äh, uns läuft die Zeit davon. Der Taucher war gerade sehr auffällig. Entschuldigen Sie, Mister. Ich suche einen großen, dünn, älteren Gentleman. Vielleicht in Begleitung eines großen, dünn, jüngeren Gentleman. Ich weiß, wenn Sie meinen. Sie sind vor nicht mal einer Minute gegangen. Wenn Sie sich beeilen, wollen Sie sie vielleicht noch rein. Ich erkenne Sie doch. Ich weiß, dass Sie da drin sind, Doc. Doc? Ja, ich bin Doktor der Meeresbiologie, aber ich verstehe nicht, was Sie, ähm... Hören Sie auf, Doc. Was haben Sie mit Emmett gemacht? Oh, Hilfe! Ich werde rangegriffen! Harry! Was machst du da? Du kannst doch keinen Aussteller angreifen. Du verstehst nicht, er hat Emmett gekidnappt. Der Junge ist offensichtlich verwirrt. Das glaube ich auch. Soll ich ihn an seinem Ohr nach draußen schleifen? Das wird nicht nötig sein. Weißt du, wer das ist? Das ist Jacques Dutou vom Meeresinstitut. Nein, ist es nicht. Das ist... Bitte, sei doch ruhig. Die Expo hat es sich einiges an Mühe und Geld kosten lassen, Professor Dutou herzuholen. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verärgern. Aber wenn du eine Beschwerde gegen ihn hast, können wir das nach der Show klären. Aber wenn du noch einmal so eine Szene machst, muss ich dich leider aus der Halle verweisen. Na, ganz toll. Äh, Professor Dutou? Professor Dutou, hm? Besuch Ihren Diensten. Hm. Okay, und wo ist der echte Dutou? Was haben Sie mit dem echten Professor Dutou getan? Ich glaube, ich mag Ihre Andeutungen nicht. Und ich mag nicht, dass Sie Emmett gekidnappt haben. Vielleicht sollte ich die Polizei rufen und Sie aus der Halle entfernen lassen. Sie sind so kaltblütig, Dutou. Sellerie. Okay. Was haben Sie mit Emmett gemacht? Komm, spucken Sie es aus. Wo haben Sie Emmett versteckt? In der Tauchglocke? Es heißt Tauchkugel. Aha. Also ist Emmett in der Tauchkugel. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Ja, ich dachte mir schon, dass er in der Tauchkugel ist. Nehmen Sie Ihren Helm ab. Setzen Sie Ihren Helm ab. Den lasse ich lieber auf. Die Inlandsluft tut meine Nebbenhülle nicht gut. Hm. Faul Ausrede. Okay, lassen Sie mich doch einen kleinen Blick in die Tauchkugel werfen. Hm? Ich glaube, ich werde mir mal die Tauchkugel näher ansehen. Nicht ohne Eintrittskarte, Sir. Hey. Will der Bursche etwa umsonst reinkommen? Nein. Aufpassen, ja? Schönes Gefühl, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu stehen. Toll. Ich hab doch Eintrittskarten, Mann. Heben Sie die Tauchkugel an. Unternehmen Sie eine Fahrt in der Tauchkugel. Ihre Tauchkugel. Ich würde Sie gerne einmal von innen sehen. Nicht ohne Eintrittskarte. Tut mir leid. Damit werden Sie aber nicht davon kommen. Wie man in meinem Land sagte. Que sera sera. Möch. Ich hab doch Eintrittskarten. Hier. Hier ist meine Eintrittskarte. Ich will einen Blick in die Tauchkugel werfen. Das geht nicht. Was soll das heißen? Ich habe eine Eintrittskarte. Sie müssen sie akzeptieren. Entschuldigung. Es ist leider die falsche Eintrittskarte. Das ist nicht Ihr Ernst. Als ob. Ich probier's mal aus. Ob's die falsche ist. Sie müssen meine Eintrittskarte annehmen und mich in die Tauchkugel lassen. So sind die Regeln. Reichen Sie Beschwerde ein, wenn Sie ein Problem haben. Das kann ich tun. Ich geh einfach zu Artie. Hey Artie. Der Aquariumstyp nimmt meine Eintrittskarte nicht an. Mit dieser Eintrittskarte komme ich in jede Ausstellung auf dieser Ebene, oder? Sicher. Das ist eine P-Eintrittskarte. Aber der Typ am Aquarium nimmt das nicht an. Hm. Da muss es sich um einen Fehler handeln. Komm, lass uns das klären. Professor Duton. Dieser junge Mann hier behauptet, Sie haben seine Eintrittskarte nicht angenommen. Ganz und gar nicht. Ich nehme seine Eintrittskarte gerne an. Bitte, auf die Leiter. Ich hebe die Tauchkugel. Aha. Jetzt bin ich ja mal gespannt, du. Mon Dieu. Was ist denn da los? Die Zahnräder. Sie müssen sich verklemmt haben. Es tut mir leid, aber ich kann die Tauchkugel momentan nicht heben. Schade aber auch. Ja, ich kümmere mich um das Problem. Wenn Sie vielleicht später wiederkommen... Okay. Die Tauchkugel ist wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Natürlich ist sie da. Ich warte. Oh, oh. Hallo. Ich, Techno, die Muse des Fortschritts, gewähre Ihnen die Ehre meiner Anwesenheit. Was könnte es Schöneres geben, als diese Expo der Wissenschaft und Technik, die Hill Valley, der Welt als Geschenk darbietet. Nicht wahr? Sollten Sie es noch nicht getan haben, so empfehle ich Ihnen, einen Blick auf die Ausstellung Möbel der Zukunft hier in der Haupthalle zu werfen. Eintrittskarten gibt es bei mir. Techno am Informationsstand. Okay, es kommt noch nicht die nächste Demonstration. Aber bald. Emmett ist bald dran. Also los. Zurück, du knickst den Schlauch ab. Und was macht das, wenn sich niemand in der Tauchkugel befindet? Das ist sehr unschön. Oh, Entschuldigung. Ja. Tut mir leid. Ist halt so passiert. Ich kann gerade nichts tun. Dann ist es ja kein Problem. Kann ich ja weitermachen. Ich meine, ich stehe nur auf dem Schlauch. Tut mir ja rein. Ich weiß nicht wie. Man könnte denken, dass Sie keine Luft mehr bekommen und nicht der Typ in der Tauchkugel. Ich, äh, ich weiß nicht, äh, von wem du, ähm, sprichst. Offenbar besteht eine Verbindung zwischen Ihnen beiden irgendwie. Ja, sehr interessant. Wirkt wie eine Voodoo-Puppe. Nimm den Fuß vom Schlauch. Heben Sie die Tauchkugel, Doc. Das werde ich nicht tun. Dann tue ich auch nicht. Dann bleibe ich hier stehen. So leid es mir tut. Gott sei Dank. Da, sehen Sie. Es war also nur ein technisches Problem. Und Doc ist abgehauen. Hey, du da. Hey, er hat gerade seine Brieftasche geklaut. Ich glaube, er hat seine Brieftasche geklaut. Erinnere mich, kein Ozeanograf zu werden. Ich glaube, ich habe leichte Platzangst. Ich hätte da nie reingehört. Ja, wir haben alle unsere Probleme. Und jetzt zurück zu deinem Zeitpunkt. Das Komische ist, ich erinnere mich, gar nicht da reingegangen zu sein. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Glashaus mit Carl Sagan gesprochen habe. Wusstest du, dass er ein echter Wissenschaftler ist? Was hat er denn gesagt? Er hatte seinen kurzfristigen Geschäftsplan. Alles so schnell, schnell. Ich habe die Einzelheiten nicht verstanden. Es hätte bedeutet, die Expo vor Schluss zu verlassen. Also habe ich gesagt... Sag mal, wo ist er hin? Weißt du das? Carl Sagan? Er musste gehen. Eines seiner Experimente ist in die Luft geflogen. Ah, das kenne ich zu gut. Verehrte Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin Technik, die Muse des Fortschritts. Und habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen einen der brillantesten Denker überhaupt vorzustellen, der sich redlich um ein besseres Morgen bemüht. Ich glaube, das bin ich. Ich bin als Nächster dran. Aber bist du auch bereit? Ich habe keine Wahrheit. Hast du den statischen Akkumulator mitgebracht? Oh, richtig. Hier ist er. Super. Komm mit, hör auf da. Der sieht immer noch nicht geladen aus. Und wer weiß, einer der Apparate dieses Jungen könnte funktionieren und das Leben allein dieser Stadt verändern. Könnte es das sein, was er uns heute mitgebracht hat? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Welt von einem Kind verändert wird, dass... So müsste es gehen. Sind die Stehlager jetzt alle in hochgestellter Lage? Stehlager, Stehlager. In hochgestellter Lage, fertig. Dann sind alle Systeme betrebsbereit. Wünsch mir Glück. Das muss ich nicht. Meine Damen und Herren, hier ist Emmett Brown. Einspruch. Na toll. Ich verlange, dass die wissenschaftliche Demonstration von Emmett Lethrop Brown abgebrochen wird, da er geisteskrank ist. Es ist eine klare Missachtung mir, seinem Vater gegenüber. Wo ist er? Übergeben sie ihn mir unverzüglich. Je länger du dich versteckst, desto schlimmer wird es für dich. Versöhne Emmett Brown und den Richter, äh, Richter Brown. Na, ganz tolle Aufgabe. Natürlich muss genau in diesem Moment sein Vater auftauchen. Na gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind um einiges weiter gekommen. Und mal sehen, ob wir die beide harmonisch vereinigen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.